Ich fahr nach Brückebüll mit Mutter und Vater. Ich muss mich um die beiden Alten kümmern. Und Vater. Kopfweh wieder. Wir glauben gar nicht, wie viele Angehörige sich da übernehmen mit der Pflege. Mutter! Ich schlag mich ja schon durch mit den beiden. So nötig können sie dich in Kiel da wohl auch nicht brauchen. Wenn du einfach mal ein Jahr blau machen kannst. Ist das noch Altenfliege oder ist das schon so ne Art Regression? Ich mein, da kommt doch bestimmt einiges hoch bei dir. Moderne Landwirtschaft. Breite Straßen. Das brauchen wir hier. Keine Störche mehr, Brückebüll. Das sind Zeichen. Hier weg geht unser. Hier weg geht unser. Na gut, dass du nicht so eine Pfanne hast wie deine Mutter, wa? Nee, nee, nee. Die richtige Mutter. Was hast du denn angestellt? Was machst du denn? Dass Mutter dich so haut und kneift. Das, was wir verbrauchen, das musst du bezeichnen. Wo kann die denn sein? Danke! Mutter. Da braucht ein Kuddelmuddel mit uns. Wahnsinn. Als ob hier seit Jahren die Zeit stillsteht. 70 Jahre Ehe. Das schaffen nur wir beiden. Irgendwas ist bei dir anders. Was? Oh, ich war beim Friseur. Was musst du eigentlich, wenn dein Bummel ja vorbei ist und wir dann immer noch nicht tot sind? Da muss ich euch wohl totschießen. Was? 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 Was?